Für uns, in Kaufland, die ganze Zeit der Sozialen Kantine ist eine Sitzung von Solidarität. In dem Jahr 2021 haben wir die Kantine ausgesucht, die die größten Kantine ausgesucht werden, die nicht geholfen sind, und die wir uns über die Neufe und die Masse geholfen haben. Wir servieren die Miehe von Kanteien in jeder Zeit, von Lund bis Winter. Für mich ist Weihnachten ein Zeitpunkt für Menschen, für Emoziile autentische und für gute Erfahrungen. Ich hoffe, heute bin ich, dass ich die Begründer etwas mehr zu bedenken, ein bisschen die Farmeck-Sabbatoren der Frühstück. In der ersten Mission sind wir auf der Tour viele Volontäre, die Mitglieder der Kaufland-Equipe. Ella Moraro, Country-Direktor der Google-Romania, Katalin Botesato, Chef Sam, dass sie heute die Journalist, Produkator Radio und Schriftsteller, die in der Stadt mit Admiratung sind. Im Präunen haben wir ein paar Päten für die Möcke für die Möcke, mit denen wir die Menschen, die in der Kantine gewinnen. Wir sind in den Heiligen Geist, in den Schuern der Bräder, mit den Möcke der Möcke. Wir können mit unseren Geist und mit konkreten Aktionen machen, die wir in den Schuern machen können. Wauwres, sabatoare fericite und ein neues Buchat in Fapte Bune!